Was machst du jetzt? Wieder nur deinen Kopf? Okay. Dann. Mal einen Trank. Jetzt führ deinen Kopf nach vorne. Okay. Warte. Oder auch nicht. Was ist denn das? Jetzt. Ah. Ich habe ein Schwörter angezündet. Das ist auch nicht irgendwie geplant. Nein. Ich habe doch gerade erst eine Kacke. Komm schon. So langsam ist es aber gut. Ich fiss dich. Was führst du mir? Nein. Nein, nein. Weg, weg, weg. Weg. Ich habe mich da gerade noch ein bisschen gehalte. Genau. Oh, scheiße. Irgendwo sehe ich da schon wieder. Oh, shit. Nein. Wieso? Eins. Ah, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Okay. Ähm. Die Falten funktionieren sehr gut. Ich muss mal wirklich sagen. Von daher werde ich dabei bleiben. Jetzt stehe ich die hier noch mal ein bisschen benutze. Jetzt sehe ich die hier noch gerade gar nicht. Was hast du vor? Gut, dass ich dafür gefolgt habe, wie es weg war. Okay. Herstellen. Spreng fallen. Stellen wir ein Maximum her. Ähm. Nein. Nein, nein, nein. Ich trage so viel Gewicht mit mir rum. Äh. So, okay. Das müssen wir regeln. Giftwiderstand brauche ich eigentlich. Äh, recyceln. Ah. Ja, das ist immer ein bisschen blöd. Was haben wir denn hier noch? So ein paar Kleinigkeiten mit 7 Kilo Gewicht und... Ja. Jölnir. 12 Kilo. Ähm. Der Stachel. Der sieht einfach so cool aus. So cool einfach nur. Ich glaube, den behalte ich nochmal. Ich habe ja jetzt 133 an Kilos. Was mir jetzt noch weiter hilft. Ich will da nochmal einen langen. Ah, ja. Ich wollte ihn nochmal einnehmen. Ich will nur einen Pfund mehr jetzt. Okay. Oh, schau. Wie kommt der so weit? Okay. Oh, schau. Füßen durch die Gegend. Sie sind übrigens ein Leben und ich muss hier raus, sonst wird das heute nichts mehr. Okay. Oh, shit. Sieht aber, bei dem ganzen Weiß braucht es so wenig davon, dass der Maff ist. Letztendlich. Ich wollte nochmal kurz den... Okay. Okay. Schön. So, jetzt geht's hier. Das ist ja schon ein bisschen gestört. Lauf. Drei. Vier. Fünf. Verdammt. Ich tu das. Und auf. Drei. Vier. Fünf. Okay, das bringt jetzt gar nichts gerade. Das nehmen wir nicht. Ich bringe die Zeilen ein. Einfach just for fun. Ich meine, es muss ja irgendwann mal klappen, oder? Ja. So. Okay. Hauptsache... Ich krieg's hin, dass der über die Dinger läuft. Ich mach's hin. Ich mach's hin. Ich mach's hin. Schön. Ich hab's gebaut. Ja. Schön. Ich hab's gebaut. Gut. Gerade geht mir das echt auf den Kitz. So. Ganz armer. Schon weg habe ich so viel Tränke gebraucht. Okay. 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 Lauf, 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 lauf. Genau. Sprint. Okay. Sprint ich mir nicht jedes Mal, wenn ich es ihm sage. Schön. Wir haben ein Genenfeld. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Vollsinn. So. Nein. So haben wir das aber nicht gewettet. Hier. Scheiße. So haben wir das aber nicht gewettet. Okay. Das hat auch nicht geklappt. Eins. Langsam ist aber mal gut. Mir gehen die Tränke aus. Scheiße. Scheiße. Was hat der vor? Ich will bei mir landen. Nein. Weg. Sch. Mann. Wieso jedes Mal, wenn es dann gerade irgendwie so aussieht, als würde es klappen. Obwohl. Ah. Jetzt habe ich die Dings noch nicht gemacht. Ich kann ja jetzt von Anfang an mal die, die, die fallen machen. Wir brauchen die ja eh. Okay. Von daher. Dann können wir auch die hier gerade recyceln. Boah. Wie knapp das dann jedes Mal ist. Eine blöde Situation. Dann klappt es auf einmal nicht mehr. Ähm. Tja. Ja. Stufe der Besessenheit. 100%. Schön. Ähm. Puh. Dann. Auf ein neues, würde ich sagen. Und hoffen wir, dass es diesmal besser klappt. So. Ein. Vier. Fünf. Vollverkorkst. Die Richtung geschossen. Wird ausgerechnet Ach, nicht schon wieder Braucht doch langsam viel Spaß mehr hier Gibt es mal dieselbe Aktion vermasselt Ich weiß nicht mehr, was ich. So, okay. Wollen wir doch mal. Drei, vier, fünf. Das ist doch das, was wir wollen. Ich werde es jetzt auch noch mit denen hier versuchen. Ich muss sie jetzt auch nicht. Äh, ich ziehe mich am Arsch, wenn der mich erwischt. Nochmal der Kreis. Dagegen habe ich diesmal nichts. Der schafft mir mehr Zeit. Ah! Ah, scheiße. Ja. Das war irgendwie klar. Ähm. Hm. Hm. Ja. Ich weiß, das dauert jetzt ziemlich lange. Aber. Ähm. So ist es eben nochmal. Ihr würdet da auch jetzt. Stunden dran sitzen. Aber. Immerhin. Komme ich irgendwie dann doch Stück für Stück mein Ziel näher. Hoffe ich auch, es wird so. Und. Okay. Ja. Oh. Hm. 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 So, was ist jetzt vor? Einen Ball nach mir schießen. Noch einen Ball nach mir schießen. Nein. Hm, das ist so. Hm. Da willst du irgendwie von dem weg und es klappt einfach nicht. Einfach, weil es, keine Ahnung, warum auch immer klappt einfach nicht. Schön. Jetzt wirft er mich auch noch um. So, jetzt krieg ich gleich mal die Fresse. So, jetzt krieg ich gleich mal die Fresse. Danke. Und, äh, ja, so die Trank geht schon wieder da. Der zweite Trank. Da. Eins. Zwei. Drei. Vier. Zwölf. Was macht er jetzt? Er ist die ganze Zeit gestört. Das habe ich nicht gedacht. Okay, dann kommt mich klar. Okay, schön. Eins, zwei, drei. Und drei. Jetzt habe ich ihn aber. Und das mit weniger als dreiviertel Leben. Fast schon nur mit halbem Leben. Naja. Ich hoffe, das bringt mir was nachher. Kürzere Fight-Zeiten. Wie auch immer. Ach, warte. War ja jetzt was, gell? Der macht ja jetzt erst mal seinen Feueratem da. Okay, aber trotzdem. Jedes nachschüss ist ja irgendetwas anderes. Mal aufnehmen. Mal ausreichen. Ja. Bleiben wir erstmal bei... So ein paar hier vorne. Mal ausreichen. Mal ausreichen. Ja. Ich kann nicht alles Feuer, du Idiot. Feuer, das ist so schön. So. So, die letzten Sekunden im Mundus. Schön. Feuer werden, ich kann nicht leben. Wenn ich die ausweichen kann, kann ich damit leben. Oh, er fängt damit an. Damit kann ich leben. Der letzte. Dann komm mal hierher, mein Lieber. Ich hab nichts dagegen. So, weglaufen, weglaufen und ein Trinken. Schön. Klappt. Na. Eins. Zwei. Vier. Zwölf. Jetzt hat er mich zwar getreten.